Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 559. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der werte Herr Marvin. Ja, auf jeden Fall, hallo, schönen Gruß in die Runde nach dem zweiten Sieg in Folge. Ja, die Runde ist gerade noch ein bisschen klein, wir sind hier gerade noch zu zweit unterwegs. Wir sind aber frohen Mutes, dass die liebe Frau Patricia gleich noch hier mit dazu kommt. Die befindet sich gerade noch auf dem Nachhauseweg und dann wird sie gleich hier live dazu springen und mit uns eben über eben jenen zweiten Saisonsieg der Eintracht sprechen. Und dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen, wie gut wir den fanden und was das für die kommenden Spiele bedeutet. Bevor wir das aber gleich tun, meine Damen und Herren da draußen, ihr kennt das Spiel schon, wollen wir natürlich Danke sagen an alle die Menschen, die uns hier unterstützen. Wir ja von den vorherigen Sendungen, die ihr hoffentlich alle fleißig gehört habt, wisst, sind wir zu einem Großteil eben von euch da draußen finanziert, tragen damit hier unsere Kosten und wenn alles gut läuft, bleibt auch ein bisschen was für uns hängen. Und ja, diese Woche oder seit der letzten Sendung, die ja jetzt schon ein bisschen länger her ist, der Länderspielpause, sei Dank, sind der Holger, die Kerstin, der Matthias, der Andreas, der Knut und der Peter dazugekommen, uns mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Dafür sagen wir vielen, vielen Dank. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt oder vielleicht auch mal nur drüber nachdenken wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr eine Support-Seite und da könnt ihr dann nachlesen, wie ihr uns hier unterstützen könnt. So, und jetzt lass uns doch lieber Marvin über die Eintracht sprechen. Du hast es gerade eben schon gesagt. Zweiter Sieg in der noch jungen Saison, drei Punkte auswärts beim VfL Wolfsburg, wo wir schon lange keine vollen Punkte mehr geholt haben. Und das war auch am Anfang, ja, sagen wir mal, schwierig oder nicht so ganz klar, weil ja bei Larsson und auch bei Mamouche Fragezeichen dabei waren, ob sie jetzt spielen können. Sie konnten beide spielen und die Eintracht hat sich etwas schwer, ins Spiel reinzukommen. Wolfsburg hat, wie der Trainer vorher angedeutet hat, es uns nicht so super einfach gemacht, aber man hat dann Mittel und Wege gefunden, damit eben jener Oma Mamouche dann zum 1 zu 0 einnetzt nach einer Vorlage von Etikette, die wiederum vorbereitet wurde von eben jenem angesprochenen Hugo Larsson, der noch unter der Woche von seinem Nationaltrainer für seine, ja, nicht so ganz oder seine ausbaufähigen Vertikalpässe kritisiert wurde. Wenn man sich das so anguckt, würde ich schon sagen, das war so ein Gesamtkunstwerk, oder? Es war ein herausragendes Gesamtkunstwerk, du sprichst es vollkommen zu Recht an. Ich fand, es war ein super Tor, es hat uns gezeigt, welche Offensivleistung die Eintracht da doch immer wieder abliefern kann. Und ich fand es auch wichtig, dass du eben nochmal betont hast, wie schön aus der Defensive, aus der Tiefe heraus Larsson das ja selbst eingeleitet hat, aber natürlich auch, wie gedankenschnell dann ein Ecke-Tike ist und wie gut dieses Zusammenspiel dann wiederum natürlich mit dem Goalgetter der Frankfurter Eintracht, mit Oma Mamouche, funktioniert. Und da muss ich sagen, Chapeau. Aber dieses Zusammenspiel im Gesamten, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nach einer, wie du es eben auch durchaus angesprochen hast, schwierigen ersten Zeit. Die Eintracht, ja, musste erst ein wenig reinkommen. Es war so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, die ersten paar Minuten mit einem Nicht-Angriffspakt gesegnet. Aber dann hat sich das Blatt zum Glück gewendet. Ja, und Larsson, er straft seine Kritiker für dieses Spiel wieder sehr, sehr relevant und wichtig unterwegs gewesen. Und das 1-0 war ein traumhaftes Tor. Mamouche schließt top ab. Meine Güte, ich hätte mir alle Geräten kaputt gemacht bei diesem Versuch und bin sehr, sehr froh, dass wir solche tolle Stürmer in unseren Reihen haben. Ja, allein beim Zugucken tat mir dann schon irgendwie alles weh, wenn ich gesehen habe, wie der da im ersten Ecke TK im vollen Lauf den Ball darüber spielt und dann Mamouche irgendwie dann das Ding so halb hoch über den Torwart hieft und den dann da relativ trocken reinschiebt. Also es war schon sehr beachtenswert. Apropos beachtenswert, die liebe Patricia ist mittlerweile hier in dieser Runde auch angekommen. Hallo Patricia. Hallo. Wir waren gerade, wie du unschwer wahrscheinlich erkennen konntest, beim 1-0 von Oma Mamouche vom vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg. Ja, das habt ihr sehr eindrucksvoll beschrieben. Ich habe es sofort wiedererkannt. Also wirklich sofort wiedererkannt, aber ja. Ja, ich glaube auch wichtig ist einfach nochmal der Punkt, den Marvin gerade angesprochen hat. Man hatte sich ja so ein bisschen, glaube ich, auch taktisch darauf eingestellt, eben diese Kontervarianten gegen Wolfsburg zu fahren, weil man ja auch aus den vergangenen Spielen gesehen hat, dass Wolfsburg alles kann, aber nicht viel mit dem Ball und man sich deswegen auf diese Konter-Taktik zurückgelegt hat und dieses Ding ja quasi von hinten nach vorne wirklich einfach kommt, dass das Sinnbild eines perfekten Konters gewesen ist. Also dass man sich da wirklich aus der Befreiung oder aus dieser versuchten Druckphase von Wolfsburg mit diesem Spielzug da quasi rausgearbeitet hat. Und das gab ja noch mehrere Situationen in diesem Spiel, wo die Eintracht es versucht hat, aber dann eben leider nicht immer so wunderbar zum Abschluss kam, wie jetzt in diesem Spiel. Ich glaube ansonsten ging in der ersten Halbzeit nicht mehr ganz so viel, außer dann kurz vor der Pause und das war für mich gerade tatsächlich so ein bisschen dieser Moment, wo ich schwer zusammengezuckt bin, ähnlich wie Kevin Trapp auch, der sich dann da an den Oberschenkel griff und sehr deutlich gemacht hat, dass es für ihn da eigentlich an dieser Stelle nicht weiter gehen kann. Marvin, du bist in meinem geistigen Kopf, in meinem geistigen Kopf ist auch eine Scheiß-Formulierung, fällt mir gerade auf. Jetzt bin ich gespannt. In meinem Geiste immer so der Fachmann für Torwartfragen. Wie sehr warst du in dem Moment geschockt oder wie viel Sorgen hast du dir in dem Moment gemacht mit dem Ausfall oder dem bevorstehenden Ausfall von Kevin Trapp in dem Moment? Oh, das ist eine gute Frage, denn in früheren Zeiten hätte ich mir sehr, sehr viele Sorgen gemacht. Und jetzt hört sich das so an, als würde ich jetzt alles auf Kawa Santos legen, so nach dem Motto, ja, da bin ich relaxed, nee, nee, nee. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mittlerweile einigermaßen schon eine Art Vertrauen in diese Defensive entwickelt habe. Ich fand ja auch den Kniff, den der gute Trainer gemacht hat, um mehr Stabilität, für mehr Stabilität zu sorgen, dass wir dann auf Viererkette umgestellt haben, das hat ja dann auch echt gut funktioniert. Das fand ich tatsächlich schon gut und grundsätzlich habe ich eigentlich gesagt ein richtig gutes Gefühl bei dieser Eintracht, bei dieser Mannschaft, bei dieser Defensive, dass mittlerweile gar nicht mehr, ja, so viel Angst bei mir ausbricht, wenn ich sehe, dass ein Christensen da herumwütet, ein Koch sehr stabil ist, tut da eine gute Rolle, spielt ein Theater, eine tolle Neuverpflichtung ist. Also da habe ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen eine Konstanz in der Defensive gefunden haben. Ja, und dann ist es natürlich trotzdem so, dann geht ein erfahrener, unser Capitano Kevin Trapp muss raus, weil er halt sich offenbar ein wenig stärker verletzt hat. Wir werden es ja sehen, die nächsten Wochen werden wir auch ohne ihn bestreiten müssen. Dann könnte man meinen, oh je, oh je, was passiert da, Gnade und Scott, aber man muss sagen, Kawa Santos kam rein und hat das für meine Begriffe durchaus ordentlich gemacht. Da bin ich mal sehr auf eure Eindrücke gespannt, aber die Abwehr hat mir schon das Vertrauen gegeben und Kawa Santos hat es bestätigt. Patricia, wie war deine Sicht auf die Dinge in dem Moment oder vielleicht auch jetzt mit ein bisschen Abstand auf das Thema? In dem Moment ist man natürlich immer erst mal so, puh, scheiße, Stammtorhüter verletzt, aber gleichzeitig war ich auch gespannt, ehrlich gesagt, auf Santos, weil man ja auch immer so viel hört. Und ich glaube, man fängt auch so an, Spieler zu romantisieren so ein bisschen. So, oh, das ist die Zukunft, das ist unser Torwart der Zukunft, da wird einer aufgebaut hinter Trapp, der wird so krass sein und so. Und dann siehst du den mal in Action. Und da war ich schon auch so ein bisschen gespannt, wie das jetzt in der Bundesliga ist. Es ist ja sein Bundesliga-Debüt gewesen. Man hat ihn ja klar in Testspielen oder ja, auf die Art und Weise auch schon spielen sehen können, aber halt eben nicht im Kontext Wettbewerb Bundesliga so. Von daher war es schon ganz cool und ich hatte auch das Gefühl, der hat so ein gewisses Selbstbewusstsein ausgestrahlt, was mir wiederum so Ruhe gegeben hat. Also Marvin hat, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen mit der Abwehr. Das hatte ich auch das Gefühl, dass man so wusste, okay, egal, wir haben jetzt eigentlich echt eine stabile Abwehrkette und die macht es einem neuen Torwart eigentlich leicht reinzukommen. Also so leicht es jetzt geht, einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden. Aber es erleichtert es natürlich enorm, wenn du weißt, man hat jetzt irgendwie keine Abwehrprobleme, keine löchrige Abwehr. Und man hat es ja auch gesehen, er hat jetzt auch wirklich nicht so viel aufs Tor bekommen. So richtig viele Paraden musste er nicht zeigen. Das, was er gemacht hat, fand ich stark. Ich fand auch die Strafraumbeherrschung, auch das Flankenabfangen und so war richtig gut. Und dieser eine Abwurf auf einen Kunku, glaube ich, der irgendwie übers halbe Feld und dann auch noch passgenau ankam, hat mir auch sehr gut gefallen. Also der erste Eindruck war durchweg positiv. Klar, er hat dann halt das Tor gefangen, aber ich finde auch nicht, dass das jetzt auf seine Kappe unbedingt alleine ging. So deswegen ist das, finde ich, jetzt gerade nicht so der Rede wert. Ich finde, alles in allem war es echt ein starkes Debüt. Und ich bin jetzt echt gespannt auf die kommenden Spiele, weil, wie ihr schon gesagt habt, wir werden ihn ja jetzt noch öfter sehen, die kommenden Wochen. Und ja, mal sehen, wie er sich dann macht, auch über 90 Minuten und über unterschiedliche Spiele hinweg auch, weil es ist ja jetzt auch nicht jeder Gegner Wolfsburg. Jeder Gegner verhält sich auch ein bisschen anders. Er wird dann auch sicherlich mal mehr Bälle aufs Tor bekommen. Ja, und dann sehen wir weiter. Aber ich glaube, der hat auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Zumindest tritt er so auf. Und ich fand es auch schön, am Ende hat er sich ja einfach einmal auf den Bauch in den Strafraum nach Abpfiff gelegt. Und da hat man irgendwie gesehen, was das so, ich glaube, es war einfach so, das hat ihn dann so übermannt, dass er jetzt gerade so sein Bundesliga-Debüt hatte und dass da halt zum Glück ein Sieg auch noch bei rumgekommen ist. Ich glaube, es war einfach so ein schöner Moment für ihn. Und ich fand es auch irgendwie emotional, weil du dann halt echt siehst, so krass, wir haben echt so viele junge Spieler, für die das auch jetzt irgendwie was Besonderes ist. Und ja, das hat mir auch noch gut gefallen. Und ich bin froh, dass er mit so einem positiven Ergebnis da reingestartet ist in diese Phase, wo er jetzt halt Torwart Nummer eins ist erst mal. Ja, ich finde den ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, denn du hast ja das Gegentor angesprochen. Dafür kann er natürlich nichts. Also ich meine, wir wissen, dass Riedle Bakun ein herausragender Spieler ist. Man hat auch gemerkt, dass da war viel Druck dahinter. Wolfsburg wollte das tatsächlich dann schon. Und wie er dann vollstreckt, also wie Bakun dann, was weiß ich, 20, 23 Meter, dann dieses Ding da reinhaut zum 1 zu 1. Ja, das ist schwierig. Aber da sah er auch noch nicht mal schlimm aus. Also dafür konnte er nichts. Das sind Tore, die immer wieder fallen, wenn du halt merkst, da ist eine Qualität, die die Wolfsburger ja fraglos haben, einfach da. Ja, aber was auf der anderen Seite auch angesprochen wurde, klar, C-Säger beispielsweise die Chance, da war Krauer-Santosch da. Insofern ist das etwas, wo ich auch sagen muss, nicht nur Santosch hat mir gut gefallen. Selbst Amandar war ja dann später noch drin, hat ja da auch, glaube ich, noch einmal mit seinem Körper dagegen gestanden. Also hat dann auch das verteidigt. Und ja, worüber wir natürlich sprechen müssen, ist natürlich den Elfmeter. Ja, wir müssen über den Elfmeter mal springen, dieses 2 zu 1. René, war das für dich ein ganz klarer Elfmeter oder hättest du dich auf der Gegenseite gegrämmt? Also Hasenhüttl hat ja danach in der Pressekonferenz irgendwie da sehr mit dem Schiedsrichter gehadert. Ich muss sagen, ich habe in der Partie auch an der einen oder anderen Stelle mit dem Schiedsrichter gehadert, aber nicht an der Stelle. Es ist, glaube ich, generell gerade schwierig, bei dieser sehr unterschiedlichen Auslegung dieser Handspielregel gerade wirklich nachvollziehbar, das irgendwie zu haben. Aber wenn ich überlege, was ist in den vergangenen Spielen sonst, und das meine ich jetzt nicht nur in den ersten zwei Bundesligaspieltagen, sondern auch jetzt rückblickend auf die letzte Bundesligasaison, was da teilweise irgendwie an Kram, an Handspiel irgendwie gepfiffen wurde, da war das für mich jetzt noch einer der deutlicheren Handspiele. Ich meine, der Ball ist lange unterwegs, der Arm ist ziemlich weit weg vom Körper, Sprungbewegung würde ich sagen, ist das jetzt für mich auch nicht. Also der war für mich schon klarer als manch anderer Elfmeter, von daher kann man sich da, finde ich, jetzt nicht so immens beschweren, wie man es da getan hat. Ich weiß nicht, wie ist da eure Einschätzung zu? Ich würde dir da vollumfänglich zustimmen und muss wirklich sagen, für mich war das ein Elfmeter. Ich weiß, das ist immer blöd, bei Foulspielen, da bist du irgendwie klarer, wenn irgendjemand wirklich weggesetzt wird und du denkst, okay, da kann man sich drüber beschweren, aber es ist halt einfach eine Vergrößerung der Körperfläche und dann sage ich, es ist zu Recht so und das war dann ein bisschen glücklich. Andererseits muss ich schon sagen, dass der Spielverlauf der Eintracht das irgendwie auch schon hergegeben hat, weil ich fand die eigentlich zwingender. Wolfsburg hat ein bisschen was zu Hause angeboten, aber nicht in dieser Brutalität, in der ich sagen könnte, okay, die hätten sich da drei Punkte zwingend verdient oder sogar auch nur einen. Also insofern muss ich sagen, ich nehme das gerne mit. Ja, wenn du alleine auch überlegst, so von der 60. zur 70. Minute, also unweit vor dem Elfmeter, da hatte die Eintracht schon drei, vier Großchancen, wo ihr dann immer wieder auch irgendwie entweder ein Körperteil von einem, also ein nicht strafbares Körperteil von Wolfsburg irgendwie dazwischen war oder Aluminium. Also da gab es ja den Abschluss von Chaiibi, der irgendwie eine Millisekunde eigentlich zu spät kommt, sodass der Wolfsburger da noch reingrätschen kann. Das war, glaube ich, auch die Phase, wo der Kopfball von Theat war, der dann da irgendwie an den Pfosten ging. Ich meine, das müsste auch in den zehn Minuten gewesen sein. Also da hatten wir ja schon auch Möglichkeiten. Auch Mamouche hatte noch eine Chance. Also wie du schon sagst, der Spielverlauf hat es definitiv in dem Moment hergegeben, dass die Eintracht da das Ding zu seinen Gunsten oder zu ihren Gunsten irgendwie entscheidet. Dann war es halt der Elfmeter. Den musst du ja auch erstmal irgendwie erzwingen, dass eben da dann der Wolfsburg-Spieler dann diesen Fehler in dieser Situation dann auch macht. Also ich fand das schon in dem Moment für den Verlauf irgendwie gerechtfertigt. Klar, wenn der jetzt gegen uns gefiffen wäre, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht so sehr auf der Seite. Aber der war für mich schon ziemlich eindeutig. Ich weiß nicht, Patricia, hast du da eine andere Meinung oder bist du da ähnlich unterwegs wie wir? Nee, ich bin da bei euch. Ich habe es mir auch, ich glaube sogar heute oder gestern, keine Ahnung, auf jeden Fall jetzt im näheren Zeitraum nochmal angeschaut. Und ich bin immer noch dabei. Also ich finde, den kann man schon geben. Also du hattest es ja genauer ausgeführt, René, und ich bin da komplett bei euch. Und man muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, bei diesem Kopfball, den Theater an den Pfosten setzt. Da zieht Cäsiger auch Koch ziemlich am Trikot und reißt den da quasi aus der Flugbahn von dem Ball raus. Also da hätte man auch da schon drüber nachdenken können, ob es da nicht einen Elfmeter hätte geben können. Also da muss man dann auch am Ende des Tages die Kirche immer so ein bisschen im Dorf lassen. Koch ist halt kein Spieler, der dann da so wahnsinnig viel draus macht. Finde ich aber einen wichtigen Punkt. Gut, dass du es ansprichst, weil mir ist die Szene auch aufgefallen und da hatte ich mich auch schon ein bisschen gewundert. Also wie gesagt, ich glaube, am Ende kann man sagen, die Eintracht geht hier verdient mit drei Punkten vom Platz. Natürlich ist es aber auch jeder Eintracht-Podcast. Also jetzt hier, wir sind nicht zu einer furchterregenden Objektivität verpflichtet und wenn wir dann ein bisschen eine Färbung haben, weil wir natürlich Eintracht-Fans sind und das dann auch so ein bisschen durch die Brille betrachten, trotzdem bemühen wir uns natürlich. Und klar, wenn wir auf der Wolfsburger Seite würden wir nicht freudeschreiend sein, dass wir sagen, Tor gegen uns bekommen. Aber wie gesagt, da musst du dann trotzdem als Heimmannschaft auch ein bisschen mehr anbieten. Und das ist natürlich das, was sich ohne Wenn oder Aber auch darstellen lässt. Die Wolfsburger haben für sich zu wenig gemacht. Da war natürlich ein bisschen die Druckphase dabei. Ich habe mir schon eigentlich gedacht, naja, das läuft eigentlich unter Hasenhüttel ein bisschen besser. Ist ja grundsätzlich auch so. Aber da muss man sagen, waren die Frankfurter einfach ein bisschen smarter. Sie haben es gut geschafft. Wie gesagt, für mich eine der Key-Moves tatsächlich, der Umstieg von der Fünfer auf die Viererkette, die bei uns das ein bisschen flüssiger gemacht hat. Und dann muss man auch sagen, haben wir sehr viele Spieler, die gerade Spaß haben. Die haben Spaß an dem, was sie da tun. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass wir ehrlich gesagt, wenn wir uns die letzte Saison angucken, wo wir ja wirklich bei einigen Spielern gemerkt haben, oh, da rattert es und da rattert es und so richtig kommt nichts zusammen. Aber ein Larsson ist jetzt wirklich wieder verbessert. Das Offensiv-Duo mit Mamouche und Ekitike ist da. Ich finde tatsächlich, Götze habe ich noch so ein bisschen meine Fragezeichen von ganz wenigen Spielern, bei denen ich noch nicht ganz klar bin, in welche Richtung das geht. Ja, ist ja dann auch relativ früh ausgewechselt worden. Für ihn kam ja dann auch Chaibi rein. Und ganz ehrlich, Götze ist in der Zeit davor, das waren ja auch, was waren es, knapp rund 60 Minuten irgendwie sowas um den Dreh, ist er nicht wirklich viel aufgefallen in dem Spiel. Also er war ziemlich, ja, ich will jetzt nicht sagen farblos, das klingt wieder so ein bisschen sehr hart. Aber er hatte wenig, wenig Aktionen, ist wenig ins Spiel gekommen. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, ist das einfach irgendwie ein schlechter Tag gewesen. Aber ja, macht natürlich auch schon so ein bisschen die Frage und wir hatten ja auch schon in einer der früheren Folgen diese Saison mal drüber gesprochen, ob er dann wirklich einfach noch so ein regelmäßiger Kandidat ist. Es ist wahrscheinlich jetzt zu früh, dieses Urteil jetzt irgendwie zu fällen oder darüber zu diskutieren. Da muss man sich noch ein paar mehr Spiele angucken. Aber gerade in dem Spiel ist da einfach sehr wenig bei rumgekommen. Ja, ich finde generell, das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Auftritte von ihm. Das ist auch der Grund, weshalb ich, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen bei der Aufnahme ja auch Chaibi auf jeden Fall aufgestellt habe und dafür Götze gekickt hatte. Da weiß ich noch, hatten wir drüber diskutiert. Und das ist so ein bisschen, ja, schon seit Längerem mein Gefühl, dass da nicht mehr das kommt, was wir von ihm zu Beginn seiner Zeit bei der Eintracht auch gewohnt waren. Klar, man muss auch sagen, der hat ja auch eine große Fluktuation in seinen Positionen, die er spielt. Mal ein bisschen defensiver, mal ein bisschen offensiver, dann mal weiter außen, dann mal weiter im Zentrum so. Dass da nicht immer das, ja, das gleiche Niveau abgespult werden kann, ist klar. Ja, obwohl, ja, klar, jeder Spieler hat auch so ohne Positionsschwankungen irgendwie mal Leistungsschwankungen drin. Aber ich finde jetzt aktuell ist es ein bisschen, ja, es häuft sich. Und deswegen habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich meine Aufstellung im Kopf durchgehe, dass ich dann am ehesten ein Götze auf die Bank verfrachten würde, um dann irgendwie ein J.B. spielen zu lassen. Eben aus den Gründen, die du genannt hattest. Und dass das jetzt gerade aktuell so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein kleines Formtief vielleicht. Also, ich weiß jetzt, ich kann es jetzt nicht begründen, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht beim Training dabei, ich bin auch nicht in seinem Privatleben dabei. Von daher weiß ich nicht. Gründe habe ich jetzt nicht dafür. Es muss ja auch nicht immer unbedingt tief tragende Gründe haben. Aber, ja, es ist auf jeden Fall was auffällt, das stimmt. Ja, also der Memminger Edelkicker, der hadert noch so ein bisschen gerade mit dem System. Ich glaube, das kann man sagen. Er kommt da noch nicht an sein Leistungsmaximum, während die um ihn herum tatsächlich alle gerade aufblühen. Und das ist natürlich für ihn jetzt auch ein Ansatz, zu zeigen, dass er auf diesem Platz gehört. Sonst ist J.B. ein junger Dax, der auch großes Interesse hat, ihm da bald den Rang mal abzulaufen. Und es gibt ja noch einige andere, die das perspektivisch auch könnten. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Usohn, der ja auch gar nicht so viel Einsatzzeit gerade bekommt, jetzt da schon diesen Rang hat. Aber wir haben auch Leute wie Knauf, der sich beispielsweise sehr gut eingefügt hat, als er reinkam. Ja, fand ich auch super gut. Ja, und wer hat gesagt, dass Moderhut nicht vielleicht derjenige ist, der vielleicht ihm auch mal ein bisschen Paroli bieten kann, noch ein paar Jahre jünger ist. Also da muss er sich sputen. Aber wenn das die Probleme sind, über die wir sprechen, dann haben wir gerade eine sehr gute Eintracht. Ich wollte gerade sagen, also wenn wir wirklich jetzt einfach uns darüber den Kopf zerbrechen müssen, wie wir damit umgehen, dass gerade sehr viele Spieler irgendwie so ein bisschen die Nase vor Mario Götze haben, dann weiß ich nicht, was in dieser Saison noch passieren soll. Ich will es jetzt nicht irgendwie jinxen, aber ist jetzt glaube ich auch eine Diskussion, die angenehm zu führen ist, so würde ich es jetzt mal sagen. Und Shaibi hat ja gerade auch in dem Spiel gezeigt, dass er da auch Offensivbemühungen hat. Er hatte wesentlich mehr Spielanteile und ich glaube auch, was so ein bisschen gegen Mario Götze dann am Ende dann gesprochen hat, war, dass wir einfach auch gesehen haben, dass wir sehr viel mit schnellen Kontern irgendwie agieren. Und klar, er hat die Übersicht und den Fuß, aber die Geschwindigkeit, da hat er glaube ich auch ein paar Leute so ein bisschen vor sich an der Stelle. Muss man so sagen, aber muss man auch dementsprechend beobachten. Auch das nächste Spiel wird dann, wir können ja dann gleich darüber mal sprechen, aber ist wieder entweder eine Chance für ihn oder halt ein Ausrufezeichen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen trotzdem das Positive hervorheben. Zum einen die wirklich guten drei Punkte, eine sehr interessante, gute Defensivleistung. Wir haben einen Torhüter, bei dem wir sagen, okay, wir sind die nächsten Entwicklungsschritte einfach gespannt. Und natürlich ist es immer so bei Kawa Santos, auch wie bei allen anderen Spielern, wenn sie neu reinkommen, da kann viel gut laufen. Das kann aber auch ein bisschen nach hinten losgehen. Überleg jetzt beispielsweise mal, wie es ist für einen jungen Torhüter, beispielsweise in Freiburg. Ich mag beispielsweise den Torhüter, aber der hat jetzt gerade noch ein paar Probleme mehr. Also jetzt hat er sich gefangen, aber auch da läuft nicht immer alles aus rein. Auch die Tatsache, dass man halt sagt, Adobolu, das wird meine Nummer eins. Bis dann so die Sicherheit drin ist, dass der halt einen richtig krassen Marktwert hat und bis man halt denkt, okay, und der jetzt könnte vielleicht mal ein Nationalspieler werden, dauert es halt eine Weile. Aber dieses Festhalten daran ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, in der Saison läuft es schon besser und man muss abwarten, ob bei Santos eine ähnliche Entwicklung möglich wäre. Ja, also ich glaube, man muss ihm dann einfach da auch das nötige Vertrauen oder andersrum, das nötige Vertrauen hat er ja bekommen. Das hat er ja auch der Trainer ja auch im Vorfeld schon gesagt. Aber ich glaube, er kann auch einfach wahnsinnig davon profitieren, dass er mit einem Kevin Trapp und mit einem Jens Kral da ja auch erfahrene Männer im Hintergrund hat. Und auch wenn Kevin jetzt nicht spielen kann, ist es ja trotzdem so, dass er irgendwie da ist und mit der Erfahrung Santos dann da auch den einen oder anderen Rat geben kann. Und man muss ihm am Ende des Tages halt auch Zeit geben. Ich meine, Torhüter ist halt auch so eine Position, wo du viel über Erfahrung dann wegmachst. Und der Kerl ist 21. Klar, der hat eine super Ausstrahlung, der hat ein super Selbstvertrauen, der weiß, was er kann. Und er kriegt den nötigen Rückhalt eben auch gerade von dieser funktionierenden Defensive. Aber er ist halt trotzdem 21. Und wenn der halt im nächsten Spiel zweimal hinter sich greifen muss, dann kann man ihm das, glaube ich, jetzt auch nicht komplett zum Vorwurf machen. Weil was soll er denn auch anderes dann am Ende des Tages tun? Aber über das nächste Spiel sprechen wir gleich nochmal. Was ich an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte, weil das ist mir vorhin fast ein bisschen zu kurz gekommen, ist eben auch das Thema von Amanda oder Armandau, wie du ihn genannt hast oder ausgesprochen hast, der ja dann in der 84. Minute reinkam. Und wo ich auch fand, der hat der Defensive dann auch so ein Stück weit dann nochmal zur Energie geholfen, der auch so ein bisschen dem ganzen Thema seinen Schlempel dann auch mit aufgedrückt hat, der wirklich in jeden Zweikampf mutig, aber auch clever reingegangen ist, der immer irgendwie den Blick am Ball hatte. Also wir haben ja auch im Vorfeld der Saison darüber gesprochen, so Innenverteidiger, müssen wir da vielleicht noch irgendwas machen und wir haben so eine Dreierstamm-Innenverteidigung, wie sieht das aus, wenn da irgendwas kommt? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nach den zehn Minuten war ich durchaus beruhigt, dass wenn jetzt mal ein Tutor oder ein Koch dann vielleicht da auch mal irgendwie ein bisschen früher runter müssen, dass wir mit Amanda da jemanden haben, den wir da auch bringen können, der da auch, glaube ich, die nötigen Punkte dann da noch irgendwie mit retten kann, wie er es ja in dem Spiel dann jetzt zum Ende hin auch gemacht hat. Patricia, wie siehst du das? Ja, alles gesagt mal wieder. Ich fand auch, das ist so ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt, dass er ja auch sein Debüt, glaube ich, hatte, also Bundesliga. Von daher finde ich es ganz gut, dass wir es jetzt auch nochmal angesprochen haben, weil der echt auch ein starkes Spiel gemacht hat. Und das ist echt schön zu sehen, dass wir eine relativ, was heißt relativ, das ist die jüngste Bundesliga-Mannschaft im Schnitt, haben, wo aber auch nicht nur Spieler sind, die jetzt irgendwie langfristig aufgebaut werden, sondern auch welche, die jetzt schon immer mal so ein bisschen in die Mannschaft reinstechen oder auch zum Beispiel ein Larsson, der ja eigentlich fester Stammspieler ist. Das finde ich echt cool, dass wir an dem Punkt sind und dass wir halt eben diese Verstärkung haben und dass wir eben auch die Leute haben, wo du weißt, wenn die reinkommen, ist es kein Problem, dass man nicht irgendwie so Bauchschmerzen hat von wegen, boah, da müssen wir jetzt irgendwie mit einer B-Elf spielen, weil jetzt hat sich jemand verletzt oder jetzt ist einer noch nicht fit, weil er einen Infekt hatte oder so. Ja, ich finde es gut und das ist ja auch nur eins von mehreren Beispielen jetzt, aber ich finde es gut, dass wir ihn auch nochmal angesprochen haben, weil der echt, ja, auch was drauf hat, wie so viele in diesem Dunstkreis der Startelf, um das mal so zu sagen. Also ich finde es echt ein spannendes Team, das macht es bei der Aufstellung auch immer nicht so einfach, vor allem hier im Podcast, wo du ja irgendwie auch Gedankenspiele so ein bisschen anbringst manchmal. Aber alles in allem ist ja ein Luxusproblem. Also es ist ja schön zu wissen, dass man Spieler hat oder auch wenn irgendwie im Winter oder im Sommer irgendjemand wechseln sollte, dass man weiß, man hat da trotzdem noch Leute, die Bock haben und die auch echt was auf dem Kasten haben. Ja, was ich ganz spannend finde, ist genau das, was du sagst und auch gleichzeitig aber auch die Tatsache, dass Armandar natürlich jetzt die Chance hat, so ranzurutschen, ohne dass wir jetzt, ja, akute Angst haben müssen, dass der jetzt auch viele Spiele machen muss. Weil erinnern wir uns an den Abgang von einem wirklich guten Pacho. Das kann man nicht oft genug sagen. Pacho hat in der Innenverteidigung der Eintracht wirklich, ja, einen Felsen dargestellt und spielt jetzt auch wenig überraschend alle Spiele bei Paris. Also das ist auch, darf man gar nicht geringschätzen, wie gut dieser Spieler einfach ist, dass der auch ohne Probleme jetzt bei Paris regelmäßig kickt. Und dann ist es natürlich so, dann hast du gedacht, oh, was machen wir denn da jetzt? Jetzt Armandar und dann war der verletzt und dann hast du gedacht, oh Gott, kann der jetzt der gleichwertige Ersatz sein? Und dann wusstest du, naja, zuletzt bei Young Boys dann schon verletzt gewesen, kann er das jetzt machen? Dann wurde Nandie Collins jetzt nicht verkauft, nicht verliehen, sondern ist bei der Eintracht geblieben. Da hast du gedacht, okay, willst da den Joker ziehen, der sich ja durchaus gut gemacht hat mit Collins. Und dann hattest du aber die Relaxo-Phase, weil du Rasmus Christensen verpflichtet hast. Und das hat dir so viel Spielraum gegeben. Und da hat er ehrlich gesagt auch Aurel Amandar diesen Spielraum gegeben, zu sagen, Leute, ich bin da, ich werde fit. Und wenn ich fit bin, dann werde ich schon auf meine Einsatzzeit kommen. Und genau so ist es. Und dann fügt er sich gut ein. Da können wir alle stolz und froh drauf sein und froh drum sein, dass das momentan so gut funktioniert. Ein paar andere Spiele haben wir jetzt angesprochen, wo es vielleicht nicht alles so gut läuft. Aber ich glaube, dass der Kern der Leute, die da am Start sind, schon Lust auf mehr machen. Ja. Das ist, glaube ich, das trifft so, glaube ich, sehr gut Amandar. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ist ja auch im Europa-League-Kader, der ja dann auch in dieser Länderspielpause mit da nominiert wurde für die Liga-Phase, ist er ja auch mit drin. Also ich glaube schon, der wird auf ausreichend Spielzeit kommen. Da kommen ja jetzt dann die interessanten Wochen, wo einfach sehr viel gespielt werden wird. Da wird schon ein bisschen rotiert werden an der Stelle. Dann hattest du es noch angesprochen, der Vollständigkeit halber. Kevin Trapp, ja, nach dem MRT hat man jetzt gesagt, er hat eine Muskelverletzung und fällt für mehrere Wochen aus. Mehrere Wochen, das ist jetzt so, das kann halt irgendwie, weiß ich nicht, vier Wochen sein. Das können auch zwölf Wochen sein. Also da müssen wir jetzt einfach mal beobachten, was das an der Tat dann bedeutet und wie schnell er dann wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann. Ja. Aber ja, wir hatten ja gerade eben schon drüber gesprochen. Mit Santos haben wir da ja auf jeden Fall jemanden, der, glaube ich, da das erstmal ganz gut vertreten kann. Klar, klar. Nur ganz kurzer, kleiner Einwand. Und wenn das wirklich so ist, und wir haben es ja jetzt gehört, Topmüller geht davon aus, dass Trapp drei bis vier Wochen ausfällt. Das ist also auf jeden Fall ein überschaubarer Zeitraum. Damit kann man arbeiten, da brauchen wir auch keine Angst haben. Sollte sich diese Ausfallzeit auf ein Vielfaches erhöhen, würde ich natürlich trotzdem noch mal darüber nachdenken, noch mal Anpassungen zu tätigen. Die brauchen wir aktuell nicht. Also insofern drei bis vier Wochen, selbst zwei Monate würde ich sagen, das geht noch so. Sollte das aber eine langfristige, wirklich langfristige Angelegenheit sein, wäre ich nicht, wie soll ich sagen, verschlossen dementsprechend, darüber nachzudenken. Weil es gibt mit Caelon Navas, es gibt mit dem einen oder anderen Loris Karius, ist auch noch auf dem Markt. Wir erinnern uns ganz dunkel. Ja, ja, genau. Also ist der eine oder andere, der schon, wie soll ich sagen, ein geübtes Reservistendasein gepflegt hat und trotzdem eine gewisse Qualität besitzt. Das weiß ich bei Caelon Navas. Das ist tatsächlich schon, müsste man einfach drüber nachdenken. Aber gehen wir einfach mal nicht davon aus und sein stattdessen in der Hoffnung, dass alles bald wieder zurückkehrt und dann mal gucken, ob die nächsten drei, vier Wochen, wie Patrizia es angesprochen hat, wirklich dann so toll sind, dass man sagen muss, okay, alles klar, Kawa Santos, das ist aber hier ein Statement gewesen. Er wird sein internationales Spiel, internationales Debüt machen. Wie krass kann es sein? Ja, in zwei Wochen, wenn die Eintracht dann das erste Spiel in der Ligaphase gegen Pilsen hat, wird er auf jeden Fall auf dem Platz stehen. Und ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, darf man bei Verletzungen von Torhütern direkt irgendwie nachnominieren. Das ist, glaube ich, die einzige Position, wo du das darfst, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil bislang waren ja nur Trapp und Santos gemeldet für die Europa-League-Liga-Phase. Ich gehe davon aus, dass Jens Kral dann quasi jetzt nachgemeldet wird, damit du dann auch einen Ersatzgeber da hast. Sonst wäre es wahrscheinlich einfach ein bisschen doof. Ja, müssen wir noch über den Jubel von Mamouche vor der Wolfsburg-Fankurve. Nennt man das überhaupt Wolfsburg-Fankurve, wenn das so wenig besetzt ist und ruhig? Müssen wir darüber reden, über den Jubel? Andere nennen sie Wüste. Weiß ich nicht. Kurzer Seiteneinschub. Ich habe am Montag den Tagesschau-Podcast, hier Tagesschau in 100 Sekunden gehört. Da sprach man von einem Heimsieg der Eintracht gegen Wolfsburg. Also selbst da kam es quasi wie Heimspiel der Eintracht an, weil im Wolfsburg-Fanblock so wenig Stimmung war. Nur um das nochmal hier einzuschieben. Müssen wir über diesen Jubel reden? Fandet ihr den irgendwie so schlimm, wie der teilweise gemacht wurde? Nö, also ich nicht. Ich fand es nicht schlimm. Ich finde, es gehört auch ehrlich gesagt ein bisschen dazu. Es ist jetzt klar, es ist nicht die feinste Art und klar, wenn du dann in dieser Fankurve stehst, also sagen wir mal, ich stehe jetzt in der Nord-West-Kurve und das macht ein Maxi Arnold, dann kannst du aber davon ausgehen, dass ich ausrasten würde, dass es mich abfacken würde, natürlich. Aber aus Sicht des Spielers und insgesamt, ich finde es nicht so dramatisch, er hat dir jetzt auch nicht einen Mittelfinger gezeigt oder sonst was, er hat sich die Ohren zugehalten und ich gehe mal stark davon aus, das geht darauf zurück, dass er ja auch das ganze Spiel über ausgefiffen wurde. Dann ist es halt so ein bisschen so eine Retour-Kutsche, die du da machst, du wirst ausgepfiffen, klar, du hast vielleicht jetzt auch nicht deine allerbeste Zeit in Wolfsburg verbracht, warst da jetzt auch nicht irgendwie die tragende Rolle, bist gewechselt, bist jetzt da irgendwie der Top-Stürmer und dann schießt du dein Tor, die pfeifen und du hältst dir die Ohren zu. Finde ich alles gar nicht so dramatisch und ich finde, da muss man jetzt auch nicht irgendwie fünf Wochen drüber noch hadern oder sprechen. Ich glaube, damit ist alles gesagt, also ich persönlich fand es jetzt nicht dramatisch, natürlich regt es einen als Fan, als gegnerischer Fan dann auf und man denkt sich, boah, ist auch noch von einem Ex-Spieler, wie frech ist das denn, aber ja, natürlich wünscht man sich da irgendwie immer, dass Spieler, die deinen Verein verlassen, irgendwie auch immer noch Gutes über deinen Verein sagen und dem verbunden sind, das ist nicht immer so und dann, also ich glaube, wir werden es alle überstehen und wir werden es auch alle überleben, es war jetzt nicht so dramatisch. Absolut, ich kann ihm nur zustimmen. Ja, sehe ich genauso. Gut, dann lasst uns den Blick nach vorne richten. Am Samstag spielt die Eintracht zu Hause um 18.30 Uhr gegen Gladbach, die jetzt auch nicht so den optimalsten Saisonstart wahrscheinlich aus deren Blickwinkel hingelegt haben, haben angefangen im ersten Spiel gegen Leverkusen kriegen in der, was war es, 111. Minute. Noch irgendwie den Siegtreffer von Leverkusen rein, machen dann am zweiten Spieltag Punkte gegen Bochum gut, was jetzt wahrscheinlich auch nicht das Maß aller Dinge ist und jetzt am Wochenende gegen Stuttgart wieder verloren, wobei sie glaube ich am Ende des Tages zumindest, was ich so aus Podcasts und Statistiken irgendwie mitgenommen habe, gar nicht mal so super schlecht waren, sondern einfach in individuellen Fehlern Tore gefangen haben. Und deswegen die Frage an euch, wie schlagbar ist Gladbach für die aktuelle Eintracht, lieber Marvin? Ich musste nachdenken, aber ich würde sagen, aktuell auf jeden Fall schlagbar. Ich muss sagen, Gladbach ist nicht so schlecht, wie man meinen könnte. Die haben momentan ja ein bisschen, wie soll ich sagen, Performance-Pech. Ja, ich weiß nicht, ob es Performance-Pech überhaupt gibt. Wir definieren das jetzt so. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben die ein bisschen Performance-Pech. Es läuft nicht ganz so gut, wie man das irgendwie meinen könnte. Ich finde, der Kader ist grundsätzlich auch ein Stück weit schwächer, als er es die ganzen letzten Jahre sogar war. Wobei letztes Jahr war er auch schon nicht gut. Trotzdem natürlich jetzt mit Platz 13, das ist nur eine Momentaufnahme, die werden da auch wieder herauskommen. Aber trotzdem ist es ein, ich würde mal sagen, es ist ein durchaus ebenbürtiger Gegner. Wir haben aber die Vorteile, auf der einen Seite, weil wir gerade einen besseren Lauf haben. Ich glaube, wir haben ein besseres eingespieltes Team. Und ich glaube, dass wir auch über eine besser funktionierende Offensive verfügen. Und das sorgt dafür, dass ich überhaupt keine Angst habe. Es ist ein ebenbürtiger Gegner, aber das haben wir die letzten Tage auch schon gehabt. Und wie geil ist es, dass wir halt gegen Hoffenheim gewonnen haben, gegen Wolfsburg gewonnen haben, die ja beide wirklich direkte Konkurrenten um internationale Plätze sind. Also wir haben gegen die jetzige 12 gerade gewonnen. Wir haben gegen die 14 gerade gewonnen. Dann wird es natürlich jetzt auch Zeit, gegen die 13 zu gewinnen. Und dann würden wir noch mehr unseren Platz manifestieren. Und zwar nicht nur an der Sonne, sondern mit Tuchfühlung zu den europäischen Plätzen. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr gute Chancen. Insbesondere, weil ich bei den Gladbachern durchaus sehe, dass, obwohl sie gute Spiele haben, ein Kleindienst kann immer Tore schießen, ein Player ist grundsätzlich gefährlich, auch ein Stülger ist ein guter Spieler. Das sind wirklich gute Spieler. Ich bin kein großer Fan von Weigl. Ich finde die Innenverteidigung nicht so richtig gut. Und ich denke, da kann die Eintracht mit einem guten Konzept auch durchschießen. Patricia, dein Statement? Glaube ich auch. Also ich glaube, die Eintracht hat auf jeden Fall, vor allem auch zu Hause, gute Chancen. Gladbach unter Seohane, finde ich, hat mich bisher generell nicht so überzeugt. Also zumindest die vergangene Saison war ja echt nicht so, ja, war nicht das, was man gedacht hätte, was Gladbach leisten wird. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das diese Saison jetzt so weiterführt. Ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass Kleindienst einen machen wird. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, wenn ich jetzt so dran denke, dann ist es für mich ein sehr realistisches Szenario, dass es passieren wird, dass Kleindienst gegen die Eintracht trifft, warum auch immer. Player weiß ich gar nicht, der musste ja früh raus, ne? Der ist verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ich habe jetzt nichts gesehen, dass er jetzt irgendwie längerfristig ausfällt. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, der ist mit jemandem zusammengeschlossen oder so. Also dann, wenn da jetzt nichts weiter war, dann wird der wahrscheinlich auch spielen. Aber ja, so oder so, wie gesagt, ich habe irgendwie trotzdem Kleindienst im Kopf und bin gespannt, wie es, ja, wie es ausgeht. Gladbach halt immer so ein Gegner, wo du denkst, boah, es wird, also ich habe das eigentlich nie, dass ich denke, es wird ein Selbstläufer. Aber ich habe das Gefühl, die Eintracht ist gut eingespielt und spielt zu Hause. Und Gladbach hadert, glaube ich, mehr mit sich selbst als die Eintracht aktuell. Also von daher habe ich ein ungewohnt gutes Gefühl. Natürlich kein befreites Gefühl, wie gesagt, Tim Kleindienst. Ja, es spricht irgendwie dafür, dass so der ein oder andere Charakter dabei ist, der da halt Lucky immer irgendwie gegen die Eintracht irgendwas macht. Aber ich bin ähnlich wie du da auch eigentlich mit so einer Grundpositivität unterwegs. Ja, so die Vorzeichen. Die Vorzeichen geben einem oder auch so die letzten Spiele geben einem so ein bisschen so ein Gefühl, hey, irgendwie läuft da was bei uns. Also es ist echt, glaube ich, gut, so wie es jetzt ist. Das sind das Problem, also aktuell, ich kann mich noch nicht so gut darauf ausruhen, weil das jetzt halt jetzt der Anfang der Saison ist. Du weißt halt nicht, wo führt das hin, ist das jetzt so eine Momentaufnahme. Dafür kann man auch die Gegner noch nicht so gut einschätzen. Also keine Ahnung, wo steht wer. Das, finde ich, ist jetzt noch nicht so klar. Aber von den letzten Eindrücken her gibt es echt ein gutes Gefühl und es macht auch Spaß. Also das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zur vergangenen Saison bisher. Man hat so das Gefühl, bei der Eintracht alle haben Bock. Und irgendwie ist es auch ein bisschen mitreißender. Also ich habe auch das Gefühl, die allgemeine Stimmung im Publikum ist so ein bisschen, alle haben wieder Bock. Ich glaube, das hat ganz gut getan, dass mal so ein bisschen Pause war, dass eine EM dazwischen war und dass wir jetzt neu angegriffen haben, ein paar junge Spieler dabei haben und jetzt halt einen guten Auftakt hatten. Das ist auch wichtig, dass man halt stark in die Saison gekommen ist. Und deswegen habe ich jetzt auch vor Gladbach nicht so ein schlechtes Gefühl. Ja, ich glaube, das beflügelt halt auch wirklich, dass du jetzt merkst, dass die Aktionen oder die Ideen, die du im letzten Jahr schon irgendwie hattest, die ja dann auch so bis zum letzten Drittel eigentlich immer ganz gut funktioniert haben. Aber dann, wenn es halt drauf ankommt, du dann immer so ein bisschen ja quasi dann auch, ja, wie soll ich sagen, dass du dann da irgendwie nicht so richtig zu dem Ziel gekommen bist, was du dir vielleicht auch selbst gesteckt hast. Und da habe ich das Gefühl, da ist man gerade mit einer gewissen Leichtigkeit unterwegs, weil man halt eben merkt, okay, es funktioniert, wir spielen gut zusammen, wir haben alle irgendwie Bock drauf, wie Marvin das ja vorhin auch schon erwähnt hatte. Ich glaube, das ist gerade so der große Vorteil, den wir im Vergleich zu Gladbach da im Köcher haben, weil du hast halt gegen Stuttgart, obwohl du eigentlich nicht die schlechte Mannschaft warst, aus individuellen Fehlern, wie gesagt, die Tore gefressen. Du kriegst im ersten Spieltag in der 111. Minute diesen Lucky Punch von Leverkusen. Und ja, also ich glaube, die sind auch gerade einfach, wie du es gerade eben so richtig gesagt hast, die hadern gerade mehr mit sich selbst. Und das sollten wir halt jetzt auch ausnutzen, weil es wird für uns ja dann auch im weiteren Verlauf nicht einfacher werden. Es ist aber herausragend geil, ich finde es total wichtig, was Patricia gerade gesagt hat, dass wir momentan insgesamt aber auch einen neuen Vibe haben. Wir haben einen neuen Vibe, der wieder zurück zur alten Eintracht langsam kehrt. Und das ist total geil, das ist total geil zu sehen, dass alle wieder total angefixt sind. Ich merke auch selber an mir, dass ich wieder mehr Bock habe. Es war eine ermüdende Saison, letzte Saison mit vielen Schwierigkeiten. Man merkt, dass einige Konzepte ein Stück weit besser greifen, die die Topmöller auch irgendwie geplant hatte, wo wir auch gesagt haben, okay, vielleicht werden wir für diesen Prozess irgendwann belohnt. Vielleicht ist jetzt genau die Zeit gekommen, dass wir belohnt werden. Aber ich finde, es ist auch wichtig, Patricia hat es ja gesagt, EM, da war für viele Leute ein bisschen der Fußball wieder zurückgewonnen worden, wo du auch das Gefühl hattest, dass du dir ein schönes Turnier im eigenen Land angucken kannst. Da können wir ja alle froh sein, wie gut alles lief, auch wenn natürlich Deutschland vielleicht nicht so weit gekommen ist, wie wir es sich erhofft hätten. Aber trotzdem war es ein gutes Turnier. Wir haben Fans gesehen, die gefeiert haben. Und dann wird diese kleine Flamme ja lodert wieder und kommt wieder hervor und führt dann dazu, dass wir, glaube ich, auch in der Bundesliga wieder Bock haben, so als Fans, die zu Gelegenheitsfans waren. Ich glaube, viele, die eigentlich keine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft verfolgen, haben sich da ein bisschen mitreißen lassen. Und dazu kommt es jetzt, dass wir gerade auch natürlich eine Eintracht haben, bei der es doch gerade wieder ein bisschen läuft. Und ich glaube, wenn wir uns angucken, wie krass die Ticketverkäufe bei der Eintracht halt gerade sind, dann merkst du, da ist der Hype ungebrochen. Es geht europäisch. Wir haben interessante, geile Gegner gegen Besiktas. Wir könnten nach Dänemark fahren. Wir haben Lyon beispielsweise. Auch Pilzen ist irgendwie ein cooles Los. Also da ist viel drin. Und das heißt für uns, jetzt geht es wieder richtig rund. Und jetzt kommen natürlich auch die schönen Zeiten, weil davor war es irgendwie Plastik-Club 1, Plastik-Club 2. Und jetzt ist Gladbach ein absoluter Traditionsverein. Die Gladbacher haben, wenn uns der eine oder andere hier zuhören mag, viele Fans, die beispielsweise im Spessart sind, die irgendwie früher sich irgendwie nicht bei den Bayern abgeholt gefühlt haben, bei der Eintracht irgendwie auch nicht. Und haben es dann irgendwie, ich glaube Spessart-Fohlen heißen die. Beispielsweise gibt es eigentlich einen Fan-Club, glaube ich. Und ja, keine Ahnung, das ist halt Tradition. Und das finde ich irgendwie geil. Und am Samstagabend Flutlichtspiel, Highlife, dann geht es rund und dann sind wir alle höchst motiviert. Ja, Spessart-Fohlen ist richtig. Ich habe gerade eben nachgeguckt. Geil, das habe ich noch in meinem Kopf gehabt. Ich habe nicht nachgeguckt. Es war alles noch in meinem Kopf tief verankert. Also ich bin froh, dass noch ein paar Synapsen richtig gehen. Die übrigens dieses Jahr, sehe ich gerade auf deren Homepage, ihr 20-jähriges Jubiläum als Fan-Club haben. Muss man natürlich dann auch nochmal honorieren. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich an der Stelle. Punkte gibt es trotzdem am Wochenende keine. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig. Wir sehen die Eintracht da durchaus vorne. Bevor wir gleich zu den Tipps kommen, kommen wir natürlich klassischerweise zu der Frage, wie würdet ihr denn aufstellen, beziehungsweise würdet ihr an der Aufstellung überhaupt irgendwas ändern? Patricia, ich frage jetzt gezielt dich, weil ich jetzt von dir wissen möchte, ob du Götze oder Chaibi aufstellst. Ich stelle Chaibi auf. Anstelle von Götze. Also ich lasse sie, ja genau, ich lasse die Aufstellung eigentlich exakt so, wie sie ist. Würde das aber, glaube ich, machen, weil ich das Gefühl habe, Chaibi ist einfach besser in Form und bringt auch, klar, die bringen unterschiedliche Elemente beide mit so ein bisschen. Aber nee, ich glaube, das ist einfach auch so der Grund. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach besser in Form und matcht ja aber auch gut zusammen mit Mamouche und Ikitike da vorne. Von daher würde ich das, glaube ich, so machen. Ansonsten alles so, wie es ist. Und natürlich Santosh für Trapp, aber das ist ja klar. Das war relativ eindeutig, ja. Marvin, wie ist also dein, Gedankengang? Ich kann den Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bleibe trotzdem noch mal in ewiger, naiver Nibelung, ja, wie soll ich sagen, Tja, Treue trotzdem noch verbunden für Mario Götze. Auch wenn die Nibelungen mittlerweile schon lang out sind und ich vielleicht nicht mehr mich nur daran festhalten sollte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Götze dann, ich will Götze noch mal sehen. Ich will nur mal sehen, wie sieht es aus. Kann er vielleicht das, weil beispielsweise gegen Hoffenheim habe ich ihn ganz gut gesehen. Jetzt war halt gegen Wolfsburg war es halt schlechter. Dementsprechend sage ich, okay, zeig es mir noch mal daheim. Geht da was oder geht da nichts? Wir können mit Tjaibi, der ist halt auch, sage ich mal, von der Bank sehr gut gefährlich. Der würde, ich glaube, Tjaibi ist von der Bank eher ein Gewinn, als es das Götze ist. Dementsprechend würde ich sagen, let's go with Götze und wenn es nicht funktioniert, Tjaibi reinbringen, der übrigens wirklich der 13. Mann ist. Was heißt 13? Ja, zusammen mit Knauf. Das sind die wirklich, die sind die Einwechselspieler in Number One. Und da will ich, die zähle ich ja auch ganz eng zum Kader. Aber ich würde noch mal mit Götze gehen in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ich würde übrigens auch mit Skiri und Larsson gehen. Larsson hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das Gefühl, dass Skiri tatsächlich so ein Stück weit sogar wächst daran, dass Larsson gerade so performt. Also das sind so die Positionen. Schauen wir mal. Ja. Ich bin da tatsächlich so auch so hin und her gerissen. Ich glaube aber schon auch. Also ich würde jetzt auch noch mal Götze von Anfang an laufen lassen, weil das Spiel gegen Gladbach wird halt schon noch mal ein anderes. Und ich glaube, dass er da, dass es vielleicht weniger auf Geschwindigkeit, sondern mehr dann auf ja Erfahrung, Lücken finden, den Passspielen gehen könnte. Und ich würde auch dem Punkt von dir folgen, Marvin, dass Chaiibi die letzten Spiele eigentlich als Einwechselspieler sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass man ihm das mit der Story da auch eigentlich ganz gut irgendwie verkaufen kann. Wenn jetzt Götze in dem Spiel auch wieder so abtaucht, dann wäre ich tatsächlich eher auf der Seite von Patrizia und würde sagen, dann würde ich Chaiibi mal von Anfang an die Chance geben. Aber schauen wir mal. Ja, und ich glaube, im Zweifel können die Nutzer und Nutzerinnen, die uns jetzt hier gerade zuhören, vielleicht auch eins einfach mal schreiben und können mal sagen, was deren Pick ist. Liebe Leute, ihr seid ja mittlerweile auch einigermaßen fleißig und antwortet uns beispielsweise auch bei Spotify. Wen würdet ihr spielen lassen? Würdet ihr tatsächlich eher Götze oder würdet ihr vielleicht Chaiibi spielen lassen? Schreibt uns das mal, dann können wir das bei Spotify zumindest dann auch mal veröffentlichen, eure Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Ich kann mir vorstellen, dass die Richtung eher gegen, ja, beziehungsweise für Chaiibi geht. Let's see. Ja, mal schauen. Glaubst du? Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht Richtung Götze. Aber ich weiß nicht, warum. Ja, wir werden es. Also nicht, nee, 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 ich weiß nicht, warum Götze, sondern ich weiß nicht, warum ich glaube, dass es in die Richtung geht. Um das hier nochmal richtig zu stellen, ich will hier nicht als irgendwie Hater dastehen. Ach, ich glaube, ich glaube, wenn schon. Genau, aber ich glaube tatsächlich, wir sind ja, man muss ja tatsächlich sagen, wir sind ja wirklich gemäßigt, was das anbelangt. Wir haben ein bisschen Luxus gerade und das ist ja momentan eine Situation, in der sich die Mannschaft noch weiter findet, noch weiter Möglichkeiten hat, dann ja gemeinsam zu wirken. Ich glaube, wir sind alle froh, dass es so ist. Ich will natürlich ein paar nächste Schritte sehen. Das muss ich schon sagen. Ich will vielleicht auch mal sehen, dass beispielsweise Mausun im Laufe der nächsten fünf, sechs Spiele öfter mal auch Einsatzzeit bekommt, wenn sich das anbietet. Ich finde tatsächlich dagegen die Position von Matanovic, dass er mal reinkommt und wirken kann ganz gut. Da muss ich noch ein bisschen was tun, aber es kommen jetzt relativ viele Spiele und ich glaube, die werden alle noch auf ihre Einsatzzeiten kommen und gerade übrigens, glaube ich, gerade wenn ich mir angucke, dass wir bald gegen Pilsen spielen, da bin ich ziemlich sicher, das wird mit voller Lotte ernst genommen auf jeden Fall, aber wenn du dann in der 70. merkst, okay, du spielst das Spiel nach Hause, dass da vielleicht der ein oder andere Europacup-Einsatz für einen Neuling zustande kommen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das ist für viele übrigens noch was Neues. Also auch für Larsson ist das wieder ein geiles Ding. Es ist für alle Spieler, die mit der Eintracht hier unterwegs sind, immer noch mal was Besonderes, gerade diesen Europacup-Spirit in Frankfurt mitzubekommen, der immer noch was Besonderes ist. Ja, also das wird für ganz viele dann so ein Aha-Erlebnis sein, gerade erstes Heimspiel, Europa League, Liga-Phase, das wird auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Nummer werden, aber da werden wir uns im Detail damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Jetzt lasst uns doch den spielerischen Part für Gladbach abschließen und dann hätte ich noch ein kurzes Add-on zu dem Thema. Bevor wir aber zu dem Add-on kommen, hätte ich gerne mal Tipps von euch. Marvin, du stehst ja als erstes in meiner Liste. Was ist dein Ergebnis-Tipp für das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Gladbach? 3-1. Okay. Patricia? Das war auch mein erster Gedanke. Ich glaube zwar irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich daran glaube, aber es ist, 3-1 hat es mir so, ich meine, so positiv, wie wir jetzt davor geredet haben, muss man ja auch irgendwie ein komfortables Ergebnis nennen. Deswegen schließe ich mich da an. Ich war auch tendenziell beim 3-1, aber wenn wir jetzt alle 3-1 tippen, dann ist das wieder so irgendwie eintönig. 2-1 wäre mir zu wenig, von daher muss ich auf die logische Konsequenz gehen und sagen 4-1. Es wird so schlimm wieder, wenn wir uns nächste Woche hier versammeln und dann ist es irgendwie so ein Kackunentschieden oder so eine Niederlage. Alle auch so ein bisschen uns schämen. Als wenn wir uns in den 14 Jahren, die wir das machen, schon einmal geschämt hätten. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Naja, also mal gucken, aber vielleicht müssen wir uns gar nicht schämen, sondern sind einfach froh, dass es alles gestimmt hat. Ja, genau. So, und dann, meine Add-on, weil du es gerade eben ja nochmal angesprochen hattest, Marvin, dass wir unsere Hörer uns auch gerne Dinge schicken. Ich hatte sie ja in der Länderspielpause gefragt, über welche Themen würdet ihr denn gerne mal sprechen? Und da kam natürlich ein Thema, was jetzt auch in Verbindung mit dem Glattdorch-Spiel das erste Mal zum Tragen kommt, nämlich die 1000 Freikarten, die jetzt da zur Verfügung gestellt werden, das erste Mal bei dem Spiel. Was ja aus der Historie heraus etwas ist, was Hellmann schon, glaube ich, im Jahre 2020 das erste Mal erwähnt hat, dass man gerne weiter Möglichkeiten schaffen möchte, dass auch Kurzentschlossene die Möglichkeit haben, zur Eintracht zu gehen. Das findet jetzt ein bisschen anders statt, indem man ja jetzt hier die Karten gezielt an Schulen und Sportvereine irgendwie gibt. Dafür gibt es aber auch einiges an Kritik, weil man sagt, naja, da gibt es genügend Fans, die irgendwie seit Jahren da irgendwie hingehen, die jetzt irgendwie Schwierigkeiten haben, an Karten zu kommen, weil irgendwie kaum Karten auf dem freien Markt zu bekommen sind und jetzt werden dann auch 1000 Karten irgendwie verschenkt. Wie kritisch oder unkritisch seht ihr denn dieses Thema, 1000 Karten da jetzt an, ja vielleicht die nächste oder übernächste Fußball-Fan-Generation weiterzugeben? Tja, also ich habe das auch mitbekommen. Ich habe auch die negativen Kommentare ein Stück weit mitbekommen. Man muss sagen, vielleicht verdient die Eintracht gar nicht so viel Praise dafür, den sie jetzt schon teilweise bekommen hat, die sehr euphorisch waren, sagen, ja, yay, weil das stand tatsächlich auch irgendwie fest, wenn ich es richtig gelesen habe, war das Teil einer festen Vereinbarung. Aber ich muss sagen, ich finde die Vereinbarung gut und ich finde es gut, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen und das sind ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, es geht auch gerade um Schulen und so weiter und so fort. Das finde ich eine absolut herausragende Sache. Es gibt einfach viele Menschen in Frankfurt, in Frankfurt, die sich nicht leisten können, einen Besuch zu machen, die vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben. Du musst ja mittlerweile so auf jeden Fall Mitglied sein, um an Karten zu kommen und dann muss aber auch der Mond richtig stehen und du musst dreimal Mondwasser getrunken haben und musst Sesam auf dich verstreuen und dann musst du hoffen, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, im richtigen Internet bist und der richtige Server funktioniert, damit du mittlerweile ein Ticket bekommst. Es ist schwierig. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass man auch vielleicht über Einkommensschwache nachdenkt, vielleicht über diejenigen, die es halt nicht so einfach haben, an Tickets zu kommen. Denn nur dadurch kann auch Frankfurt wirklich Frankfurt sein. Denn man darf nicht so tun, als wäre die Eintracht ein Gebilde einer elitären Frankfurter Sphäre. Das ist es in meinen Augen halt nicht, weil in meinen Augen ist die Frankfurter Eintracht auch für die Fankultur eine diverse. Und divers heißt halt auch, dass du nicht immer nur die Einkommensstarken bedienst, die sich alles leisten können, sondern vielleicht auch diejenigen, die jungen und auch neue Generationen heranzüchtet. Übrigens auch ganz klassisch an den Fußball und nicht nur an TikTok-Sequenzen von Fußball, die es zu sehen gibt, sondern an 90 Minuten Fußball, Fußball und nicht auch FIFA, was auch geil ist und was auch seine Fans hat. Aber mir geht es darum, den realen Sport, auch so wie wir ihn lieben, weiter zu vermitteln. Und dafür ist so ein Konzept für mich ein gutes. Ja, ich finde es sogar richtig, dass das in der Kurve stattfindet. Also es ist ja im Oberrang, soweit ich das richtig verstanden habe. Und weil ja dann Leute gesagt haben, ja, kann das nicht irgendwo anders sein? Kann das nicht, ich weiß nicht, im Familienblock oder was weiß ich, wo es stattfindet? Nee, ich finde eben nicht. Es geht ja darum, vielleicht auch junge Stadiongänger nachzuzüchten. Ich wollte gerade sagen züchten, aber das klingt jetzt auch wieder falsch. Ja, hat Marvin auch schon gesagt. Genau, dass du dann halt eben, ja, da junge Leute auch an die Kurve ranführst und die vielleicht da jetzt nicht familiär schon mit reinkommen oder eben nicht die Möglichkeiten haben oder aus was für Gründen auch immer, einfach keine Tickets bekommen, weil das halt wirklich sauschwer ist mittlerweile. Vor allem in der Kurve. Das sowieso nicht. Kannst du sowieso vergessen. Von daher finde ich auch gut. Und auch das Argument, ja, dann leidet die Stimmung noch weiter drunter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es nicht. Das sind auch keine kleinen Kinder. Das sind keine Achtjährigen. Das ist doch, glaube ich, irgendwie 14 bis 21 oder so. Das sind schon ältere Kinder, die eben auch in eine Kurve gehen können, die auch mit Stimmung machen können, die die Lieder lernen können, die sie wahrscheinlich schon können sogar. Und die werden da, ich habe die am wenigsten im Verdacht, dass die da kein Rambazamba machen in der Kurve. Und ich habe sehr viele andere Menschen gesehen, die eben auch nicht mitmachen. Von daher, ich würde das jetzt nicht darauf zurückführen und sagen, boah, dann wird die Stimmung schlechter, weil da kommen ja jetzt irgendwie tausend junge Leute. Da würde ich mir jetzt gar keine Gedanken drum machen. Ich finde es auch insgesamt einen guten Weg, einen richtigen Weg. Und ja, klar ist es ärgerlich für alle. Mir geht es selbst manchmal. Ich bin ja auch nur Mitglied. Und ich stelle mir auch vor, weil du nicht Mitglied, dann kriegst du erst recht keine Karten. Aber auch als Mitglied ist das manchmal ein richtiger Pain, da überhaupt ranzukommen. Und dann fragst du irgendwie bei Freunden rum. Und das ist jedes Mal aufs Neue einfach nervig. Ich verstehe das total. Und wenn du dann irgendwie Leute hast, die vielleicht von weiter weg kommen, die dann auch kein Mitglied sind und aber auch gerne mal ins Stadion wollen, du kannst das spontan nicht mehr gut planen. Das stimmt. Und das ist schade. Aber ich sehe da aktuell keine richtige Lösung. Und bevor ich die tausend Karten jetzt für Kinder und Jugendliche kritisiere, kritisiere ich lieber irgendwelche komischen Bars und Logen, die ausgebaut werden, die halt wirklich niemand braucht. Also verstehe ich auch das Konzept dahinter, was der Verein sich damit denkt. Aber ich persönlich als Fan sehe es halt nicht. Aber tausend Jugendliche, tausend Kinder da reinbringen, finde ich gut, finde ich richtig. Und ja, die haben genauso das Recht, auch mal ein Spiel sehen zu können. Genauso wie Leute, die jahrelang ins Stadion gegangen sind und sich irgendwie da auch keine Tickets mehr holen können. Jeder hat es irgendwie verdient, mal ein Spiel zu sehen. Aber ich finde, der Weg ist richtig. Ich glaube auch, der Punkt, was Marvin ja auch angesprochen hat und auch du, dass man halt eben auch irgendwie die Leute, die nachwachsenden Generationen ja auch mit, wie hat Marvin so schön das gesagt, mit diesem Sport, mit diesem Erlebnis, ist, was uns alle seit Jahren Woche für Woche hier begeistert irgendwie mit in Verbindung bringen. Und da finde ich es auch genau, wie du es gerade eben gesagt hast, Patrizia, richtig, dass das eben dann in der Fankurve stattfindet. Weil wenn ich zurückdenke, wie ich das erste Mal zur Eintracht gegangen bin, wie mich das gecatcht hat, wie ich aber auch im Stehblock stand, das quasi live miterlebt habe und was mir das dann in den Jahren danach alles gegeben hat und wie viele wundervolle Menschen ich darüber kennengelernt habe, kann ich das doch jetzt nicht irgendjemandem verwehren und sondern ich muss ja eigentlich genau das tun, was die Eintrachter tut. Nämlich Möglichkeiten schaffen, für Menschen in dem Alter auch in Berührung mit diesem Sport zu kommen. Und wenn sie danach sagen so, ja, war ein kaputtes Erlebnis, aber ist jetzt nicht mein Piece of Cake, ja, dann ist es halt so. Aber zumindest die Möglichkeit muss man ihnen ja geben. Und auf dem normalen Markt werden sie niemals die Möglichkeit bekommen. Und das Ding ist natürlich auch, dass das nicht passiert mit genau dem gleichen Stamm an Karten, sondern es gab ja eine Erhöhung von Karten, weil ausgebaut wurde. Und da ein Stück halt auch dann davon zu nehmen für den Kuchen, der vorher ja auch nicht da war. Also ich warne davor immer zu einer Art sozialen Neid und grundsätzliche Kritik, wenn es gerade die Leute betrifft, die ein bisschen Bonus bekommen, die es halt nicht so leicht haben immer, ja, da auszuatmen, sondern das vielleicht mal wohlwollend zu betrachten und genau dahin zu gehen, was Patricia sagt, dass man lieber mal kritisieren sollte oder hinterfragen sollte, wenn dann der Logenausbau vonstatten geht, der natürlich auch finanzielle Aspekte hat. Das eine bedingt das andere. Das eine kann vielleicht auch nur ohne das mit dem anderen funktionieren. Das ist mir auch klar. Ja, aber das ist jetzt erstmal eine positive Sache. Wir werden mal gucken, wie es anläuft, wie das angenommen wird und ob wir immer mehr junge Menschen dann auch noch mehr, sag ich mal, regelmäßiger noch mehr junge Menschen sehen. Wir wissen ja, dass ja auch zu den Freundschaftsspielen, zu den Spielen, bei denen man leichter Karten bekommt, ja dann auch immer eine ganz andere Crowd vor Ort ist. Ja, wir gucken mal. Aber allein, dass es dann vielleicht ein bisschen Vibe gibt, eine kulturelle Durchmischung vielleicht gibt, das kann auf jeden Fall von Vorteil sein. Ich bin optimistisch. Total. Und wenn du auch bedenkst, dass die Kurve, dass du eben nur Nachwuchs in der Kurve bekommst, wenn du die da auch reinholst. Also es ist halt einfach wichtig. Ich glaube nicht, dass du, wenn du nie ins Stadion gehst, dann irgendwie plötzlich, magischerweise, mit 27 in der Kurve auftauchst. Ich glaube auch nicht, wenn du ein Stadiongänger bist, der vielleicht, ja, immer Sitzplätze hast, dass du dann vielleicht, ja, dafür die aktive Fanszene dich dann begeisterst. Also das schon eher, aber auch, ne, ich glaube, je eher du da rangeführt wirst, wie du auch gesagt hast, René, du als kleines Kind da so, ne, und dann machst du da, da wächst du da auf und du gehst, du bist begeistert, du saugst es auf. Ich glaube, das ist absolut wichtig und von daher, ja, nur um es nochmal abzuschließen, ist gut, dass die, dass die jungen Leute danach kommen. Yes. Gut, ich glaube, in diesem Sinne haben wir aber auch soweit alle, alle Themen besprochen. Wir werden es mal im Auge behalten und das war nochmal eben der Hinweis, das war eine der Themen, die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an uns rangereicht wurden. Also auch solche Themen nehmen wir liebend gerne auf. Von daher lasst uns bitte gerne in den Kommentaren, sei es auf Spotify, YouTube oder über die Social Media an den Themen, die ihr hier gerne hören wollt, mal teilhaben und vergesst auch nicht den Aufruf von Marvin. Schreibt uns mal, wen ihr eher aufstellen würdet, Götze oder Chaiibi und was die Gründe dafür sind und dann können wir das in der nächsten Woche dann vielleicht auch nochmal hier besprechen. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir das Ende für diese Woche erreicht. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt die letzten Tage, genießt vor allen Dingen das Heimspiel der Eintracht am Samstag gegen Gladbach, wo auch immer ihr es schauen mögt und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 hey Hey, hey, es kann am Anfang. Hey, 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 es kann am Anfang. Hey, hey, es kann am Anfang. Hey, hey, es kann am Anfang.